hallo leute ja wie ihr seht ich bin hier schon mit einer schmiede habe alles in den dingens reingeschmissen sagt schon in den ofen reingeschmissen und werden jetzt hier fünfmal bronze herstellen und dann schauen was wir daraus machen können da muss es ja was neues geben da gibt es bronze bronze brustpanzer kann man gar nicht lesen schade hier noch mehr okay wir haben genug bronze sachen jetzt gekriegt 20 bronze nägel kann man hier machen aufwerten 1000 rezepte bronze sperr bronze schwert alles aus bronze und bronze brustpanzer okay hirschwell bauen wir da ich glaube wir gehen jetzt erst mal gerade in die hütte und schauen zu dass wir dann hirschwell kriegen das haben wir hier ja wieder raus du trägst zu viel ja ich weiß musste ich jetzt mal durchquellen alles material habe ich schon geschmiedet eingeschmolzen das läuft erstmal bronze brustpanzer den basteln wir jetzt erst mal oder und dann fehlt uns schon wieder bronze ist ja der hammer das können wir auf jeden fall noch einmal herstellen dann kann man nur bronze nägel noch herstellen beim bau von schiffen und ja es fehlt definitiv hier mehr material bronze brustpanzer brauchst du noch mehr bronze und zwei weiß ich nicht was wir da als zweites dann brauchen ja hier machts logo und dann geht auch umgeben auf dem großbildschirm okay das heißt wir haben jetzt einiges schon mal wieder mehr das heißt hier ist der bronze brustpanzer den ziehen wir jetzt an dann haben wir den ausgezogen leder brustpanzer das bedeutet wir gehen mal hier weg das ist ganz schön dunkel hier gehen mal gerade hier hin schmeißen auf jeden fall das hier schon mal rein das lassen wir auch hier das lassen wir auch hier hier ist noch fleisch und da ist noch fleisch kommt das nehmen wir mit das ist stein naja stein brauchen wir jetzt gerade nicht das holz können wir mal gerade mitnehmen das können wir vielleicht auf der anderen seite bei den bienen mit rein schmeißen warum müssen hier keine fackeln mehr an alle aus alle ab gelöscht ich weiß gar nicht wo sie stehen so eins steht aber auch ich sehe es nicht vielleicht kann man es ja okay auf eins liegt jetzt das kupfermesser das war jetzt nicht so die dolle idee jetzt noch mal eins jetzt müssen wir mal gucken ob wir hier die fackeln finden da ist benutze harz was kein harz war harz jetzt hier in der trommel äh in der kiste ja dann gehen wir da schnell mal noch mal hin damit wir unser lager mal wieder ans leuchten kriegen stand da auch noch einer ja so jetzt wird es ja auch ein bisschen gemütlicher wieder da ist ja auch noch eine fackel irgendwo ja da da ist einer da ist einer hier ist auch noch einer so hier können wir gerade das essen reinhängen oder kann man hier bestimmt noch eine fackel gerade an machen oder ist hier irgendwo eine natürlich nicht dann bleiben wir gerade hier stehen sonst verkohlt uns das essen so einer läuft da noch aber ich könnte mal gerade gucken ob ich hier noch eine fackel schnell finde hier stehen gar keine fackeln groß sollten wir vielleicht hier noch welche hinbauen oder ok so vielleicht schon mal gemacht das bedeutet fünf vier und herstellung bauen möbel möbel da fackel machen wir hier auch noch ein paar fackeln fehlende voraussetzung holz fehlt du glaubst es nicht ok da haben wir kein holz mehr aber die bienen dann bestimmt noch was zum abholen hier oder läuft habe ich nicht aufgesammelt doch oder bienen schlafen gut ja dann halt nicht ne dann können wir wegen fehlendem holz nicht hier weitermachen dann haben wir jetzt soweit licht jetzt können wir vielleicht noch mal schauen ob wir innen in der kiste noch was haben hier ist zwar holz aber ich glaube das holz ist nicht das passende kann sein hier ist kein holz hier ist auch kein holz weil wir den kupfer war und hier drin ist er vielleicht auch nicht gerade an der richtigen stelle kohle müssen wir gleich noch draußen hinlegen aber das können wir hier lassen gerade und hier ist auch kein holz gut dann bedeutet dass wir gehen mal gerade einmal schauen das war voll anderer seite haben wir nix im bronzobarren lassen wir hier das passt die kohle geht da ja nicht mehr rein lassen wir auch hier es wäre noch zu naja ist egal das ist holz hier gut hier können wir nichts machen denke ich wie geht der level ab hier gute frage ne benötigt ausbaustufe keine ahnung welche ausbaustufe man da braucht aber es ist eigentlich auch nicht so ganz so wild weil wir müssen erstmal jetzt bronze kriegen das heißt wir müssen kupfer haben bronze pfeile gibt es auch bronze ad gear das werkzeug eines warenkriegers sind zweihänder bronze axt die brauchen wir auf jeden fall damit wir schneller hier an holz kommen ne achten flug gibt es jetzt auch ok das bedeutet dann können wir ackerbau betreiben bronze helm netzgermesser koffermesser haben wir schon haben wir noch einen streitkolben bronze spitzhacke ok die wäre dann als nächstes vielleicht wichtig damit wir schneller abbauen können kernholz braucht man und 10 bronze oh das sind dann glaube ich 20 ja 20 kupfer und 10 man 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 das und wir haben keine rohmaterialien mehr glaube ne aber wir haben 17 zinn 10 brauchen wir ja da kommen wir ja hin das heißt wir müssen kupfer haben ganz einfach auf zum farmen aber es ist dunkel und ich würde sagen wir versuchen mal zu schlafen damit es wieder hell wird oder geht wunderbar machen wir eine nacht träumt nix ne träumt nix ne naja träumt nix also wir müssen noch den lederpanzer weglegen den brauchen wir gar nicht ne hier ist kein platz dran ne hier ist platz dran ne den können wir nämlich hier reinlegen und den können wir da reinlegen nur wäre noch zu wissen qualität haltbarkeit 100 prozent und zannsitzung 1 rüstung 8 und was hatte das hier rüstung 4 ok das ist doppelt so stark dann ist das ja schon mal besser gut dann würde ich sagen machen wir uns auf den weg oder zum bronze vorkommen ja es wird ja jetzt schon langsam hell dann geht das auch ne ich glaube diese richtung ist nicht verkehrt und wie immer kommt gleich der troll und dann sind wir wieder arm dran ne ich glaube um den zu schlagen brauchen wir noch ein paar mehr bronze Sachen würde ich sagen aber warte mal ich sehe schon wir haben nix gegessen und gesundheit 10 und der gesundheit 15 dann entscheide ich mich für den pilz ja ob der jetzt hier ein hirsch ist oder nicht das will ich jetzt auch gar nicht wissen ist das hier schon dunkler wald ich glaube ja ne äh düster wald wahrscheinlich laufen jetzt hier schon wieder irgendwelche leute rum ich höre sie schon so gut wie jedes mal wenn ich hier herkomme sind sie da ne ich sehe sie jetzt nicht da kommt er ist nur einer oder sind es auch wieder mehrere der hier schläuft mir fast über die füße ey also das vorkommen ist da lang irgendwo ist noch einer wo ist er denn wo ist er denn ok den haben wir wohl auch erledigt wo ist das kupfer vorkommen jetzt das hier ist es ja ja so 5 war es ne ich hoffe wir kriegen auch kupfer das waren nur steine da jetzt geht die sonne auf wo ist er da ok das wird nichts ist ist ein neuer wo einer ich glaube nicht ne kupfer vorkommen gleich reingucken ja vier stück haben wir wenigstens schon gekriegt spitzer kam wir wenigstens schon 22 rausgeholt ok da haben wir kupfer irgendwie gekriegt natürlich habe ich gerade wieder den fokus aus dem spiel verloren mit der maus das ist nicht gut aber für die aufnahme muss ich halt immer gucken dass ich sag schon aber was hat er jetzt gemacht oh man ich muss aufpassen dass ich nicht alles verstelle ich weiß nicht ob eben das bild euch kleiner geworden ist könnte sein oh jetzt ist es da auch kleiner geworden ey schade dass der fokus so doof ist in dem spiel ja müssen wir mal gucken ja ich hab kupfer gekriegt muss aber aufpassen dass ich nicht ohne ihre traglast komme ne stufe 23 okay ich glaube dieses vorkommen ist gleich weg oder hier ist kein kupfer mehr hier ist noch was wo ich kann schon nichts mehr tragen sonst dann bin ich überladen wahrscheinlich das heißt ich schmeiß die weg damit ich den anderen kriege weil die steine muss ich ja nicht unbedingt mitnehmen jetzt ist auch noch mein ding zerbrochen okay das bedeutet wir können direkt zurücklaufen hatte mal fünf sechs ich den schade ich bin ich bin ich der weg geflogen das ist kein kupfer vorkommen da oder dann mal zurück auf die wiese und dann zu unserem zu hause gucken dass wir da ordentlich was kriegen ja wenn unser material schon kaputt ist das ist schlecht jetzt hat man mal essen gefasst ordentlich dass wir fit sind wenn angriff kommt und das ist es hat uns nur so ein paar würmer angegriffen okay aber ist jetzt nicht schlimm wir bauen das jetzt da rein und hoffen dass wir einiges an bronze kreieren können aber wenn man das ein oder andere mal laufen müssen ich bin raus geflogen so und jetzt so jetzt mal schnell da was reinschmeißen kohle müsste ja voll sein 10 ist es voll gut so was können wir hier lassen das ist ja alles voll die kohle können wir gleich noch dann woanders reinschmeißen sondern ein bisschen holz da können wir gleich noch eine fackel bauen und wir sollten auf jeden fall unser werkzeug erst mal heile machen ok da draußen ist schon was raus geflogen das schon mal gut vielleicht kriegen wir noch eine fackel eingebaut da hat er fehlt harz für oder haben wir harz mit naja mit dann können wir da noch eine fackel irgendwo hinstellen dass wir hier licht haben hier wollten wir noch licht hin machen lügenzahlen mal aufsammeln 5 rechtsklick 4 war es und rechtsklick so die fackel ist schon ausgewählt kann ich noch eine bauen dann würde ich die da noch einbauen wollen ne fehlende voraussetzungen gut ok dann würde ich sagen machen wir erst hier einen cut ich würde aber offline zuschauen dass ich noch ein bisschen kupfer sammeln und dass wir dann klarkommen damit der bienenstock ist leer alles klar dass wir dann mehr material kriegen dass ich dann definitiv bronze machen kann wenn wir bronze haben dann können wir weitere waffen machen und dann müssen wir schauen wie wir hier vorankommen wisst ihr erstmal bescheid hier sind auf jeden fall schon mal ein paar barren kupfer so ein paar hatten wir glaube ich auch noch drinnen oder ja ein ich glaube da können wir nicht ganz so viel von machen so wisst ihr bescheid ich sag mal recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo abmacht 1 falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wenn ich das nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao